Was geht ab Freunde, wir kommen heute wieder zu einer neuen Lilco Reaction hier auf diesem Kanal und zwar zu dem neuen Song Diamonds, der hier gerade eben vor 10 Minuten ungefähr rauskam. Ich muss sagen, ich habe ihn ja sogar schon fast ein bisschen vermisst, also der letzte Song ist, ich glaube vor über einem Monat oder so rausgekommen oder vielleicht sogar schon, ne zwei Monate sind es noch nicht, ich weiß nicht ganz genau, aber es kommt mir schon wie eine halbe Ewigkeit vor und ja, heute haben wir wieder einen neuen Song am Start Freunde. Bevor wir damit anfangen, ganz kurz hier, gestern kam ein Video bei mir online und zwar die Entwicklung von Pashanem, eventuell interessiert das den einen oder anderen von euch auch, würde mich freuen, wenn ihr das mal abcheckt und vielleicht lese ich ja den einen oder anderen Kommentar bei dem Video, würde mich wie gesagt freuen, ansonsten lasst ihr gerne ein Like und ein Abo da, generell auf dem Kanal, es lohnt sich Freunde und natürlich auch gerne bei Lilco, ja Bewertungen sehen auch soweit gut aus, Diamonds, ich würde sagen, wir starten rein Freunde, let's go. Fuck man. Du musst schon mal sagen, nice Jacke hat er hier am Start, Kenner Dagoos, geil Mann. Okay, was man sagen kann, ich finde die Hook klingt auf jeden Fall nice bei dem Song schon mal, hab ich aber auch schon bei dem Teaser bei Instagram gehört, also ja, kannte ich insofern ja schon so ein bisschen zumindest. Ähm, ich finde der Song unterscheidet sich auf jeden Fall wieder von den letzten, finde ich aber auch gut, hab ich glaube ich schon mal gesagt, die Songs klingen halt nicht alle irgendwie gleich oder so bei ihm, sondern immer, ist immer irgendwie, ja, einfach immer was verschiedenes. Also Abwechslung ist auf jeden Fall am Start, ja, äh, Video bis jetzt wirkt auch ganz cool, bei so einer Burg oder wo die das gedreht haben, keine Ahnung, so sah das aus zumindest hier, ja, vielleicht sieht man das nochmal irgendwie besser. Ähm, ansonsten Aufnahmen im Studio sind auch drinnen, Video wird wahrscheinlich wieder von den gleichen Leuten sein wie sonst auch immer, würde sagen, wir hören weiter. Also ich finde, das ist so ein bisschen ein gefühlvollerer Song von ihm, ich glaube, das ist so der größte Unterschied auch zu den letzten und der letzte Song war, war das Prada, glaube ich, oder? Ich glaube schon Okay, nice line, mein Leben ist ein Notruf, doch es kommt keine Hilfe. Nice. Ich bin gerade im Studio und bin wieder so allein, unterdrückte Feelings, ja, ich bin schon wieder high, und ich lehende bin. Ich finde das auch, wie er so ein bisschen mit der Stimme spielt, beziehungsweise mit den Tonlagen und so, finde ich auch nice, also hier zum Beispiel, wo er ein bisschen höher geht mit der Stimme und so, ähm, ja, ist ein nicer Song, wir lassen ihm auf jeden Fall hier einen Like da, ähm, Kanal mittlerweile auch schon bei 17.000 Abos, also, ich würde sagen, läuft auf jeden Fall, nice. Und was auch vielleicht ein Unterschied ist, ist es, also, wobei er jetzt nie so, wobei natürlich, klar, bei einem Titel wie Prada ist irgendwie klar, dass es so ein bisschen mehr geflext wird, irgendwie schon automatisch, aber auch das unterscheidet sich. Also, das wirkt irgendwie generell viel persönlicher, der Song, ähm, natürlich, klar, dass er high ist und sowas, jetzt kann man wieder sagen, ja, das glaubt man ihm nicht oder wie auch immer, aber auch ansonsten waren schon ein paar Deeper Lines einfach mit drin. Also, ja, eher ein Deeper Song in dem Fall. Ich bin ein Mensch und doch keine Maschine, doch ich hab keinen Platz für Liebe. Okay, am Ende auch so ein bisschen gemumbled, auch nice. Ja, okay, das war's soweit mit dem Song, Freunde, ähm, war auf jeden Fall in den Parts die ein oder andere nice Line dabei, ansonsten, die Hook, würde ich sagen, war catchy, auf jeden Fall. Ein nicer Song wieder von ihm, wobei man, also zumindest meiner Meinung nach, eigentlich nicht viel anderes erwarten kann. Ihr wisst, ich hab das eigentlich schon immer gefeiert, so was er macht und man sieht, es kommen immer mehr Leute, die vielleicht auch aufhören zu haten, sondern das halt eigentlich oder vielleicht wenigstens einfach mal ehrlich werden. Wie auch immer, Freunde, das war's soweit mit dem Video. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Song hier in die Kommentare. Gerne auch mal im Vergleich zu den anderen Songs, welchen ihr oder welche so eure Favoriten sind. Also, wir können uns da gerne ein bisschen austauschen in den Kommentaren. Lass ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns, ja, wahrscheinlich nicht morgen wieder, aber ich denke mal, irgendwann Ende der Woche oder so wieder. Bis dann, Freunde. Ciao.